Ein Jahr, ein Jahr, ein Jahr, scheiß Kundenzufriedenheit. Zeit für eine Bilanz. Januar 2010, 1&1 startet die große Zufriedenheits-Office der Handi-Fuss-Sorgi-Di-Bach. März, Scherz, die kostenlose Hotline startet. Mai, wir schaffen die Vertragslaufzeit. August, das 1&1-Kunden-Forum geht offline. Vollidiot! Oktober, unsere Techniker kommen jetzt auch am Sars-Tag. Dezember, die Kundenzufriedenheit erreicht Höchstwerte. Und 2011 wird's scheiße. 1&1.de E-Snerno-Sner